Hey, suchen Sie nach einem indischen Restaurant, wonach nach original indischen Rezepten gekocht wird? Dann haben Sie jetzt eines gefunden. Im Amma genießen Sie traditionell Indisches. Unsere Küchenchefs halten für Sie schmackhafte Kreationen bereit. Ob ein frischer Salat, Chicken Yasmin, Chicken Koman, Chicken Mandami, Chicken Tikka oder Tandoori Scampi. Genießen Sie auch unsere leckeren Cocktails an der Bar. Wir freuen uns auf Sie im Restaurant Amma Tempelhofer Damm 214.